Musik Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge den Zockerecken Games Für euch wieder der Fuchs am Eick und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem neuen Let's Play Wir spielen ja Star Wars Battlefront mal wieder eine Runde hier Ja, diese Woche ist es ja endlich soweit Der neue Star Wars Film erscheint ja im Kino, Rock One Und ja, wir sind schon alle ganz heiß drauf, wir Star Wars Fans Das wird geil, sag ich euch, richtig geil Ja und deswegen sind wir natürlich auch alle im Spielefieber hier und müssen spielen Battlefront hier Genau so ist es Und ja, wie ihr noch schon wisst, oder für die Leute, die es noch nicht wissen, erkläre ich es nochmal ganz gerne Wir haben, äh, diesen Monat ein Weihnachtsgewinnspiel Genau, zu Star Wars Battlefront, meine Freunde Unglaublich Ich verlose hier den Season Pass, ja Jippie, den Season Pass Genau, alle vier DLCs Jeweils vier Karten Also 16 neue Multiplayer Karten und noch Vieles, vieles, viel anderes Zeug Ist noch dabei, irgendwelche Skins und ach weiß ich was, was sie da alles noch so gemacht haben Da habe ich noch nicht so richtig durchgeschnüffelt durch die ganze Kiste Aber ich weiß jedenfalls, die Karten sind am Start Ähm, zu den Original-Schauplätzen aus den Filmen Ja, zum Beispiel von Jabba the Hood In der, in der Wüste Damals Richtig coole Karten Und ja, und auch das aktuelle DLC Jetzt am, ähm, ich glaube am 5. Dezember ist es rausgekommen Das Rock One DLC Das war auf jeden Fall richtig cool Das war, es ist gut Müsste vielleicht doch nochmal die Intensivität hier vom Controller runterstellen Weil irgendwie komme ich hier gar nicht klar Also es ist für mich völlig unspielbar Auf der Konsole läuft es, äh, so richtig gut Da treffe ich wenigstens Aber hier, wie ihr seht Ich ziehe immer total weg So, mal gucken, ob ich hier nochmal kurz Die Empfindlichkeit nochmal ein bisschen runterregel Gucken wir erstmal das hier Ob das vielleicht ein bisschen besser ist Ja Äh, es schliert auch nach Also Gefallen tut es mir nicht irgendwie so richtig Aber es ruckelt auch ein bisschen Also auch nur wenn ich eine Aufnahme mache Irgendwie seit Seit einer Woche, ähm, ja, ruckeln die Aufnahmen Also total beschissen Muss ich sagen Okay Wir haben leider verloren Und zwar so richtig auf die Fresse gekriegt Äh, 54 zu 100 Das ist mal ein richtig beschissener Sieg Und, äh, ja Ich habe keine Kills Haha Keine Punkte, ein Geheimes So schlecht war ich noch nie in meiner Karriere Also, ähm, ja Ich denke mal, das kann der eine oder andere besser von euch Ihr spielt sowieso wahrscheinlich mit Maus-Tastatur Das ist für mich ein bisschen, äh, ungewöhnlich geworden Früher schon, aber da ich jetzt so viel Konsole spiele Habe ich mich an Joypad gewöhnt Und, ja Das war's dann nämlich dann auch schon hier Mit diesem, äh, neuen Video zu Star Wars Battlefront Wie gesagt, äh, verpasst nicht mein Gewinnspiel Wer Interesse hat an dem Season Pass den Für laut zu bekommen Der sollte da mitmachen Und, äh, wie das funktioniert Da geht er einfach mal auf meinen Kanal Und schaut auf das, äh, äh, schaut euch das Video an Halt zum Gewinnspiel Und dann, äh, wisst ihr, was ihr zu tun habt Und, äh, ja Bis dahin, äh, bedanke ich mich erstmal recht herzlich Dass du wieder zugeschaut hast Dass du mir so treu bleibst Und, äh, wenn du neu bist Dann abonnier doch meinen Kanal Ähm, bei den Zockerecken Games hier Für Immer neuen Shit Spiele Shit aus der Welt hier Von den Games Und, äh, ja Dann, ähm, wünsche ich euch Alles Gute Einen super Start in die Woche Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Video Bis dann, euer Fuchs Ciao